Ja, ich wüsste es noch. Ich brauche immer Feinbilder, ich kann so Lauf haben und nicht trinken. Benni, du machst für ihn ein Feinbild darstellen. Ja. Ja, der schweigt dann schön. Das kann aber auch ohne eine im Wald sein. Aber jetzt fängt die Thermik an. Wenn man so alt ist, kann man das eigentlich nicht so realisieren, dass es ja im Wald so viel ist. Ja, ja, ja. Grundbereich. So sieht es aus. Ja. 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 Ja.